Herzlich willkommen in Neckar-Sulm. Wir sind heute im Wahlkreis Neckar-Sulm und ich möchte Ihnen für den 14.03. für die Landtagswahl in Baden-Württemberg den Kandidaten der SPD, Klaus Ranger, empfehlen. Klaus Ranger ist jemand, der im Sport groß geworden ist und der das Thema gesellschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz besonders nach Stuttgart in den Landtag tragen möchte. Wir wollen gemeinsam nach der Landtagswahl in einer neuen Landesregierung für gesellschaftlichen Zusammenhalt gerade nach dieser schweren Zeit der Corona-Krise stehen und deswegen empfehle ich Ihnen am 14.03. Klaus Ranger für die SPD in den Landtag von Baden-Württemberg zu wählen. Das wichtigste Thema für mich ist das bezahlbare Wohnen. Wohnen ist für mich ein Grundrecht und wir haben zu wenig Wohnungen in Baden-Württemberg in unseren Ballungsräumen. Deswegen ist mir wichtig, dass wir eine Landeswohnbaugesellschaft gründen, die die Kommunen und die gemeinwohlorientierten Bauträger unterstützt, dass diese Wohnungen entsprechend geschaffen und erstellt werden. Wenn wir es jetzt nicht angehen, werden wir in zehn Jahren immer noch fragen, wo sind die Wohnungen? Also packen wir es an. Hier in Neckarsulm stehen wir natürlich auch klassisch für den Automobilbau. Wir haben hier als größten Arbeitgeber im Ort die Firma Audi. Daran hängen natürlich auch sehr, sehr viele Zulieferer. Wir müssen die Menschen bei der Transformation begleiten. Und was ist mir wichtig? Ich möchte, dass die Autos der Zukunft auch hier bei der Audi in Neckarsulm gebaut werden, egal mit welchem Antrieb, damit hier die Technik weitergeht. Was mir am Herzen liegt, ist weiterhin die Förderung des Ehrenamts. Durch Corona haben alle Vereine, egal ob Sport, Kunst, Kultur und die ganzen Initiativen, sehr stark gelitten. Sport ist ein Bindeglied in unseren Städten und Gemeinden, vor allem auf dem flachen Land. Wenn der Sportverein nicht mehr da ist, dann gibt es oft gar nichts mehr. Er hilft uns zwar auch natürlich, gesund zu bleiben, und Sport ist auch ein absolutes Integrationsmittel. Es hilft uns, egal wo wir herkommen, und es integriert Badener in Württemberg und Württemberger in Baden. Und deswegen ist diese Förderung absolut wichtig. Mein Name ist Klaus Ranger, ich kandidiere im Wahlkreis Neckarsulm für den Landtag und ich freue mich auf eure Unterstützung und eure Stimme am 14. März.